Warum schwingt das Licht der Glühbirne, wenn der Magnet in der Nähe ist? Wenn man genau hinsieht, merkt man, dass nicht das Licht schwingt, sondern der Glühfaden. Zwischen den beiden Polen des Magneten steht ein Magnetfeld. In dem Glühdraht fließt ein Strom. Wenn ein Strom sich in einem Magnetfeld befindet, so bildet sich die sogenannte Lorenzkraft. Diese Lorenzkraft steht senkrecht auf der Stromrichtung und senkrecht auf der Richtung des Magnetfeldes. Mit der rechten Handregel kann man die Kraftrichtung herausfinden. Stromrichtung, Magnetfeldrichtung, Kraftrichtung. Da die Glühbirne von einem 50 Hertz Wechselstrom betrieben wird, dreht sich die Stromrichtung 50 Mal pro Sekunde um. Und damit dreht sich auch die Kraftrichtung entsprechend häufig um. Diese Lorenzkraft, die wirkt in jedem Elektromotor. Sie wandelt elektrische Energie in mechanische Bewegung um. Aber